Den NLP Practitioner dieses Jahr zu besuchen war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Das Schöne war einfach, wir haben so viel gelacht, es hat so gut getan, gute Gefühle auszutauschen. Wieder das Positive in jedem Einzelnen um mich herum zu sehen, zu genießen, diese Begegnung zu haben und auch an mir selber wieder festzustellen, die Übungen zu machen, die natürlich auch jedem Einzelnen geholfen haben. Also ich konnte jemandem helfen und ich habe gemerkt, wie jede einzelne Übung mir selber geholfen hat. Ich bin total gelassen und glücklich aus diesem Kurs gegangen, aus diesem Seminar gegangen, um dann festzustellen, wie sanft auf einmal meine Stimme geworden ist im Vergleich zu früher. Und dieses Paket an Techniken mitzunehmen, sodass ich weiß, ich kann es im Alltag nutzen, einfach der Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.